Wie rettet man einen verträumten Traditionsverein, Herr Buchhagen? Wie? Ja, wenn die Frage direkt an mich geht. Unser Ziel ist es, dass wir genau wie im vergangenen Jahr in der Rückrunde mehr Punkte holen als in der Hinrunde. Im letzten Jahr haben wir nach 13 Punkten in der Hinrunde 25 in der Rückrunde geholt. Die Mannschaft hat sich gefestigt gezeigt und wir sind auch mit großem Optimismus in diese Saison gegangen, weil wir alle Spieler gehalten haben, fast alle. Wir haben von außen was dazubekommen, junge Leute nachgeholt. Es gab kein Indiz dafür, dass wir auf Platz 17 nach der Hinrunde landen. Aber man sieht, im Fußball kommt vieles oft unerwartet und wir haben etwas enttäuschende Leistungen geboten. Das müssen wir klar erkennen. Wir müssen uns steigern, wir sind uns aber, das ist das Gute aus der Vergangenheit. In den letzten fünf Jahren waren wir oft in so prekären Situationen. Für uns ist das kein Neuland. Jeder muss an seiner Position hochkonzentriert arbeiten. Und meine Erwartung an die Mannschaft ist, dass sie Geschlossenheit zeigen, Willenskraft zeigen, dass sie mit den Tugenden, die uns zur Verfügung stehen, eine erfolgreiche Rückrunde spielen, die uns den Klassenerhalt sichert. Vielen Dank.